Kein Schwein hört mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Während Corona-Time bin ich ein armes Schwein und singe nur daheim. Kein Schwein hört mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Der Probenplan fehlt sehr, Konzerte gibt's nicht mehr, das Opernhaus ist leer. Die Frau, die im Homeoffice sitzt, zu oft schon ihre Ohren spitzt. Die Töne, wenn ich tu singen, sich bis zu ihr vordringen. Die Melodie kennt sie bereits, sie schreit mir zu. Jetzt sing was gescheits! Ich kann es nicht mehr hören, ihr ständiges Empören. Kein Schwein hört mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Die Proben eingestellt, auch wenn's mir nicht gefällt, ganz still die Bühnenwelt. An die Oper denk ich oft und ab und zu ganz unfassbar. Verhofft denk ich an eine Szene in meiner Quarantäne. Der Alfred in der Fledermaus, mit Gelassenheit kennt er sich aus. Wird man um Rat ihn fragen, da würde er wohl sagen. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Kein Schwein hört mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Statt auf Bühnen sitze ich hier, klopft traurig ins Klavier. Tio, Paddy fällt mir! Musik Das war's für heute.